Keine Sorge, ich spiele nicht, ihr seht richtig gutes Tischtennis, aber ich will die Gelegenheit mal nutzen für Leute, die glauben, ich hätte keine Freunde, das sind zwei super Freunde von mir, ich glaube, ich darf das sagen, ohne das zu überschätzen, ganz liebenswert wir müssen, und die spielen jetzt gegeneinander, da weiß ich gar nicht, zu wen ich halten soll, aber es gewinnt ja jeder Person in der Regel, oder der Spielbieler, oder beides, das ist Michael Lachmeier auf der einen Seite, und Marc Fischer-Aushalt auf der anderen Seite, und ich drücke jetzt beiden die Daumen, aber leider gibt es ja kein Unentschieden im Tischtennis, das habe ich gestern verzweifelt versucht, nach dem dritten abgewährten Matchball von mir, nein, Quatsch, da habe ich sogar noch geführt, als ich das angeboten habe, dem Sohn von Marc anzubieten, ein Unentschieden, aber es geht schon von dem Regeln nicht, und natürlich wollte er gewinnen, mit Recht, er ist ja der Besserer. Also, mit dem Stirnband, ich sage jetzt nicht, was sein neuer Spitzname ist, wer es nicht sieht, ist selber schuld, Marc Fischer, schwarz-grün gegen Michael Lachmeier, beim Bavarian Race Cup Turnier 1 ab 10 Uhr, oder seit 10 Uhr am Sonntag, das müsste der 8. Oktober 2023 sein. Wer auf Videos vom dritten Bundesligaspiel, also dritten Bundesligaspiel Winsbach gegen Stuttgart wartet, war leider gestern ein Desaster, noch bevor ich da hinfahren konnte, Getriebe starten mit dem Auto, und meine ganzen Stative, alles im Auto, und das ist abgeschleppt und steht in der Werkstatt, irgendwo in der Prilie, Burgfarnbach. Also, schade, 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 hätte es gern gefilmt, aber gar nichts. Andi, Staudacher, und Leute, ich komme bei Gelegenheit, auch wenn das immer ein bisschen inangenehme Fahrerei für mich ist, ich kann ja mit meinen schmerzhaften, knieoperierten Knien nicht mehr zu weit fahren, das kann ich Ihnen ja nicht erlauben, aber ich werde kommen. Wegen Peter David, wegen Tom Schweiger, wegen Sandra. Den haben wir dann noch, auf jeden Fall natürlich, wegen Tobias Ehre, die Evgenie, die beiden alten Haseln aus der fränkischen Heimat, die ich auf dem letzten Video ganz übersehen habe, zu vergessen. Einer fehlt mir jetzt noch, aber das ist mein schlechtes Gedächtnis. Außerdem geht es jetzt los, Konzentration auf das Spiel, Flachmeier, Fischer. Boah, Michael, noch höher. 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 Ja, schon her! Oh, da fehlt nicht viel! Naja... Halber Meter! Mindestens! Nein, das mal rechnen hier! So, das ist ja noch! So, das ist ja noch! So! Ah, schon jetzt! Nein, das ist ja noch nicht! So, was ist denn? Warte, halt, ja! Richtig, gesuchte! Ach, sechs! Ach, sechs! Ach, das ist schon mal! Ach, das ist nervig mit der Hände! Stimmt! Ja! Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.